hey spiel fortsetzen einspieler werden immer schöner zum lück ist alles jetzt ruhig man soll nicht wissen was sie im Hintergrund immer was sie im Hintergrund immer laufen haben was er im Hintergrund laufer tippie 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 jetzt macht doch und da war ja was also ich hab mal geguckt und gerechnet es würde sich rentieren aber nee also die Mauer kann ich jetzt ohne Mann machen so die Gensbäume habe ich das habe ich besser gern mehr so nicht genug Zurück! Wir müssen unsere Hauptstadt mit unserem Leben verteidigen. Wir müssen doch die Schafe nochmal machen. Ja, schade. Ist halt dann aber so. Die sollen ein bisschen Zeug machen, mal. Bekehrte Brüter. Bekehrte Brüter. Ja, also sollten wir einfach Brüter werden. Bekehrte Brüter. Da können wir auch so werden. Da kann ich mir alles später machen. Äh, Kreaturen muss bauen. Äh... Eins, zwei, drei, vier... Bauen wir das mal. Bauen wir das mal. Baumeiser. Du hast keinen Spaß. Und das Hunger. Und das Hunger. Wenn das geht, dann kannst du ja immer hier ein bisschen was machen. Diese Meme. Die ganze Zeit nur rumheulen. Ja, Eisen. Ja, das hatte ich schon alles perfekt. Pff. Bekehrter Baumeister. Ja. Ah, das ist ja das Problem daran. Da stand da gerade rot. Ich da schlafen? Ja. Pff. Ah, 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 ah. Was gibt eigentlich... beroberet das Land und jetzt soll ich gute haben ja nur um den wie du sollst du wollen auf jeden Fall so, ich kenne auch die Oberdächtigkeit ist sowieso nicht gekommen Lampen bauen kann ich die Lampen noch in dem sie vielleicht führen 1 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Bekehrter Baumeister Dieser Kornspeicher wird die Nahrungsproduktion beschleunigen 5 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 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 15 20 20 20 25 20 21 22 24 25 25 15 20 Das ist ein Problem, warte, ich muss dran trinken, um das mal kurz leicht zu schneiden. Das ist ein Problem, warte, ich will. Ja, so machen wir, woran es Spaß hat, ist mir recht leggültig, ehrlich gesagt. Ich will mal gucken, wie viel kostet das hier? 4.000, 4.000. Das hat sich noch mal geholt. So, das hier stimmt, ja. Ich hab ja aber immer noch nicht die Materialien für... Ähm... Na? Für... X. Chris. Bereit? Für die Ihre! Ähm... Da kann ich das hier doch suchen, das hier würde ich sagen. So sollte passen. Ja, weil der Ruhr hat nicht wegen dem Sound geguckt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass da alles passt. Kann zwar mein Urteil, totes Urteil sei, das schon mal wieder werden. Später... Aber naja, dann ist es halt einfach so. Würden die Azteken nicht über uns herrschen, hätten wir den Krieg längst beendet. Wir haben keinen Zwist mit den Griechen. Wir haben keinen Zwist mit den Griechen. So. Die Mauer wird schön eingerissen hier an der Stelle, damit es auch schön alles gut durchkommt. Das ist komplett vernichtet. Ah, schade. Wie viel wurde denn... So. Das wurde jetzt fertig gemacht, dann kann ich das auch noch sagen. Das soll ich für die Bauern da fertig. Ähm... Ja. Jetzt wird die Kreatur... Ähm... Hups... Ach, was ist das für eine Schande, dass auf einmal der Feld weg ist. Oh, da ist auf einmal noch ein Feld. Ja... Verdammt. Ihre Kreatur hat unsere Mauer durchbrochen! Hm... Das war komisch. Aber naja, passt hier in mein Fall halt. Der Schaden ist durchgrößer. Wow. Der Schaden ist sehr schön. Es ist wütend. Die Kreatur ist wütend. Ja... So, da sind wir wieder. Der Krieg geht weiter. Die Azteken zwingen uns, die Griechen zu bekämpfen. Ich will die ganzen Archer weg haben, weil die nervig sind. Das ist aber sehr lästig, ja. Wooh... Oh... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieben Tausend Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schau mal bloß. Der Spion muss durch den Wald. Er läuft schnurstracks in einen Hinterhalt. Wenn du die Schilder umdrehst, kommt er vielleicht sicher ans Ziel. Diese dämlichen Räuber folgen auch nur den Schildern. Wir können sie also in die Irre führen und dem Spion das Leben retten. Ja, ein böses Gewissen. Wir wollen so lang. Der soll weggeschickt werden und der soll dahin geschickt werden. Ja, mal gucken. Alle Richtungen sollen nach Rom führen, aber nicht nach dem. Nicht zu dem Rom. So, das, 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 das. So führt das alles. Das führt nur so und so lang. Dann gehst du mal da oben lang. Sehr gut. Das ist die erste Information. Du kannst hier runterlatschen und dann da lang gehen. Du kannst dann da lang gehen. Du kannst da lang gehen. Ja, an sich kann ich alle hier oben festhalten, wenn ich die alle wiederfinde. Wollte zumindest versuchen festzuhalten. Sieht auch an sich erstmal gut aus. Das sollte eigentlich nicht so einfach sein. Ja. Ja. Da werde ich die Schilder auch eigentlich ändern. Da, 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 da. Muss ich wieder da hoch. Einmal in die Ecke. Das ist aber, kann mir aber sehr leichtgültig sein. So, jetzt kann ich die langsam weglocken. Da hoch, da muss ich einfach nur gucken, dass es da lang geht und der wird dann nach da oben geschickt. Der soll da lang gehen, der soll da dann lang gehen. Da, ihr geht da lang, du bist. Ja, da lang sind ja vielleicht leichtgültig. Ihr habt neue Informationen erhalten. So, das ist das, du sollst da lang gehen und ihr solltet nach da oben geschickt werden. Ah, fuck. GG. Oh, klein Indy hat ins Gras gebissen. Versuchen wir es nochmal, ja? Da, da, da. Ja, die finde ich mal so gut. Die sind sehr schön platziert. So lang alles da unten bleibt. Sehr gut. Das ist die erste Information. Ich bin mir, wie er, wie wir es. Sie ist die erste. Sie sind auf jeden Fall. Ich bin mir, wie ich es war. Ich bin mir einfach, wie ich es war. Und wie wir es war. Fokus hat auf jeden Fall. Ich bin mir, wie ich es war. Ich bin mir, wie ich es war. geht er lang werden soll das auch zeigen die beide da lang ist perfekt habe ich da drei die da lang alle da lang wir können die rück hier oben wie lang nur deren ihr habt neue informationen erhalten weg zeigen das war fies muss ja aber gucken dass die alle in die richtige richtung zeigen das ist der schwierigste teil wahrscheinlich wo dieses wechseln dass die richtig lang gehen und nicht zu dem kommen ihr habt neue informationen erhalten da wird er lang geschickt und da lange das ist alles gut so lange ihr da in der ecke bleibt zeigt auch da hoch da 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 denn das ist fast schon wie backen obwohl hält nur gucken kann er in die richtung zeigen da muss ich die moniker nur noch von dem hier oben fernhalten die gehen da die ganze zeit hin und her lustig das kann weg zeigen da kann weg zwingen das musik zeigen dass man da ein zwängter post anzeigen da kann auch ich in die länge zeigen das ist mir richtig egal so erstmal versuchen die ganzen leute da zu bündeln damit man die gut leiten kann beleiten ja an sich ist sicher weil er sowieso lange laufen wird da was ich jetzt was das mit dem dorf hier unten die haben langsam keine nahrung mehr das ist schlecht deswegen werde ich mal gucken ausgezeichnet ihr habt jetzt alle nötigen informationen schau schau gut gemacht er ist in sicherheit woher wohl mit dieser karte hin will was kümmert es uns wir haben unseren tribut gerettet hat er 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 hat so die armel läuft auch vor das ist mal gut das ist sehr gut holy 5.000 nehme ich gern die 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 Oh! Ich kann ja mal kurz Wunder gucken und bewirken. Die stehen da halt gerade so schön. Jede potenzielle Gefahr, die später weg ist, ist schon mal gut, wenn die weg sind. So, das sollte dann jetzt passen. Dann kann ich das da hin platzieren. Und jetzt mal gucken. Da kann ich nichts ausbilden. Mir fällt es auch ebenfalls an Männern. Hier kann ich ja nur die Szene machen. Hier wohnen überraschenderweise noch Leute. Ah, da war einer. Der hat aber wirklich einen gekillt. Fuck. Wie viel... Holy shit. Heilige. Cool. Hier droningte sie. Deswegen kommt sie mit entspricht hier eieren. So, dann maximal kurz an. Alles klar ist für mich hier. Dann will ich das mal wiederholen an. Ich habe keinen grave, wenns. Nee, keine du formed. Ich gebe 피áren jetzt nochmal. �� Unsere Bestie ist hier! Verteidig die Stadt! Wo sind die? Los! Haltung! Bereit! Macht sie fertig! Bogenschätzi! Pfeile bereit! Beteilig die Stadt! Entschuldige die Stadt! Verschwembrechen! Verschwembrechen! Verteidig die Stadt! Volk zu wollen! Berat eingeführt! Los! Verwärts in der Richtung! Verwärts in der Zeitung! Hier haben ich auf der Weg gerade! Los, macht sie fertig. Los, macht keine Gefängnis. Ich bin bereit. Abmarsch. Aufschließen. Los, zusammen. Abmarsch. Los, Jungs. Wie gesagt, das Spiel lieber so scheiße wie es manchmal ist. Ja, das ist das Schöne, weil ich es manchmal habe. Komm, eigentlich kommt der Hund jetzt nicht. Alter, wie viele Opfer ist hier einfach gar... Wer bist du denn, Damon Quinn? Und du, werte Soldat? Graham Field. So was schaffen Kriege so viele Tote. Und das nur für Jungssinn, Eroberung. Ja, streng genommen bin ich ein Bödergottes. Ich bin Kriegsreiber. Nach der Logik. Weil... Was ich jetzt auch nie bedacht habe. Das sind die Kreuzzüge. Das sind literally die Kreuzzüge. Die Töten würden glauben. Die Töten würden glauben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Griechen auch bei den Kreuzungen dabei waren. Oder ob die sowas wie die Kreuzige haben. Aber es wird befehligt von einem Gott, dass sie die töten. Das heißt, da haben die Christen ja auch gesagt. Angeblich haben die Griechen die Wikinger mit ihren Städten und ihrer Kultur beeindruckt. Das kann nicht sein. Die Wikinger haben die Griechen beeindruckt. Uns haben sie grausam bekämpft. Ich muss mit der Schande der Niederlage leben. Mein Bruder muss davon erfahren. Die Prophezeiung ist wahr. Sie haben einen Gott. Wunder. Eine Kreatur. Ich muss durch dieses Portal, um einen Bruder zu finden. Wir können nun nach Nagoyen weiterziehen. Klickt auf die goldene Schriftrolle, um das Land zu verlassen. Nein. Weil es gibt ein gewisses Problem. Warte. Gibt es ein Problem? Wir können ein Wunder bauen. Das erst. Er mal von vorn. Von Beginn zu Beginn. Wunder. T. T. Das Vulkanwunder. T. 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 D-D-D-D D-D-D Ich hab mich ja so viel weggefressen Ok So, 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 so Einfach einmal viel bauen Weil jetzt ist es ja sowieso recht egal. Das ist 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 ja sowieso recht egal. So, damit ich das auf jeden Fall viel machen und dann auch noch viele Baum. Bekehrte Baumeister. Bekehrte Baumeister. Bekehrte Baumeister. Bekehrte Baumeister. Brauche ich so viele Baumeister? Ja, ich lass das einfach mal. Ja. 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 Da hatte ich mich noch gedacht. Aber schön, dass es auch automatisch geht. Das wusste ich nicht. Hier komm. Äh. Ja. Nimm mal. Nimm mal kurz. Ähm. Ähm. Ich kläre euch mal wegen dem Plan auf. Ich werde euch mal kurz noch das Vulkan 100 zeigen. Ja. So klingt es doch gut. Ähm. Und dann werde ich die restliche Aufgabe machen. Was ist denn das denn überhaupt? Eindruck. Eindruck. Das. Gut. Das Leben werde ich nicht vernichten. Nein. Das ist. Das Holz kann ich verstehen. Kann ich auch machen. Finde ich jetzt. Finde ich jetzt nicht so schrecklich. Dafür darf man jetzt bei wo die Baumlocations sind. Aber das ganze Leben auslöschen. Ne. Das ist lästiger und ich bekomme weniger Geld dafür. Das mache ich auf gar keinen Fall. Wie viele. Wie viele hat denn dieser Bogen? Oh. 3000. Da ist auch schön. So. 1.600. Eindruck. So. Warte. Ich habe doch den Großstand erreicht. Oder? Perfekt. Gut. Ich werde hier alles zubauen lassen. Alles fertig bauen lassen. Essen können die sich ja selbst gut drum kümmern. Auch wenn ich mir sage. Komm. Ein paar mehr Felder können die nicht schaden. Und. Natürlich. Viel Wasser. Und. Natürlich. Viel Wasser. Ich weiß jetzt schon wie schrecklich das sein wird. Zu rennen. Naja. In der erste Zeit voll kein Wunder. Ich kann jetzt. Ähm. Wo habe ich denn ein paar? Da. Ja. Ja. Ich sage euch. Und dann kann man sagen. Gläubiger. Bekehrte Gläubige. Bekehrte Gläubige. Das lädt sich dann auf. Und dann darf man feuern. Ich schaue noch mal. Lol. Das ist ja komplett niedergebrannt. Oh. Holy. Das habe ich aber auch noch nie gesehen glaube ich. nicht. Also. Das war auf jeden Fall eine effiziente Art. Naja. Soviel dazu. Ähm. Ich werde. Jetzt ja. Einfach mal ein bisschen. Da fertig machen. Ein bisschen dies das anders. Wie manche sagen würden. Und. Werde dann. Euch. Ich. Mitnehmen. Nichts Welt nehmen. Sobald. Ja. halt hier mit allem. Wichtigen fertig bin. Muss man jetzt auch nicht alles sehen. Ist ja auch jetzt einfach nur. Längeres aufbauen. Das ist einfach nur eine Ewigkeit dort. Würde ich sag's nochmal so. Also. Ne. Also. Leute. Wir haben es. Hält ich. Macht. Ich werde hier noch ein paar. Die letzten Challenges machen. Ja. Die Steine können jetzt auch langsam raus. Also. Iren. Wunder. Werde auch nochmal aufbauen. Und. Ja. Hier ist der Vulkanwunder. Da lass ich einfach mal die Leute drum tanzen. Da lass ich einfach mal die Leute drum tanzen. Vielleicht schaffe ich ja sogar noch genug zu machen. Vielleicht pack ich da noch mehr rein. Aber ich bin zwar vielleicht ich es schaffen werde. Ja. Weil ich auch das fast wieder hab. Naja. Dann würde ich sagen. Mach ich hier einmal einen Cut. Sag bis dann. Und. Ciao.